Jo Freunde, der erste Mal! Ja, der war gut. Der war schon gut, oder? Der erste Mal. Du verstehst, was ich meine? Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich mir gedacht, ich starte mal wieder ein Pack-Battle. Heute geht es nicht wie letztes Mal SPC-Upgrades. Heute werden echt mal die Packs discarded mit Coins. Also, ja, Promo-Packs sind auch gerade gekommen. Das wird zu krass. Leute, ich muss euch sagen, eine Premiere auf meinem Kanal. Ich nehme mit einer Girlie auf. Und ich sage jetzt eins. Vier von zehn, die das jetzt so von mir gehört haben, werden Schweine-Stänkner. Trotz allem, ich grüße dich Marie. Hi! Ah ja, Leute, sie ist schüchtern. Ich bin absolut schüchtern, genau. Hi, ich bin Miss Marie. Kommt aus Sachsen, oder ist das so Sachsen? Was? Ich komme aus Thüringen immer noch. Denk einfach an Thüringer Klöße. Ja, genau. Süßes, Leute. Der Wiener mit so einer Thüringer Klöße da. Hä, hä? Was ist denn Klöße? Hast du gerade ernsthaft gefragt, was Klöße sind? Ja, ich habe das nicht. Was gibt... Was gibt... Was? Was sind Klöße? Chat, was ist Klöße? Schaut dann auf jeden Fall, erstens mal, schaut dann bei ihr vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Sie streamt auch extrem viel auf Twitch. Poste ich euch auch in der Videobeschreibung. Und im Nachhinein guckt bei ihrem Video vorbei. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das Ganze handeln wird. Du weißt, Marie, ich bin ja eigentlich ein Gentleman, oder? Nein. Ah, okay. Und deswegen bin ich wirklich... Ich hoffe, dass ich ihr heute extrem viel diskrate. Wenn sie eine Alkin ziehen würde, okay? Und ich sage, der Spieler, der größere Spieler muss diskartet werden. Und sie zieht einfach Didier Drogba, Alkin. Bam. Ich würde mich so freuen, wenn sie diskarten würde. So ein Gentleman bin ich. Pack Battle, Leute. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Wir gehen rüber zu den Packs. Marie, dadurch, dass du meine Gästin bist... Meine... Oh Gott. Gästin. Dadurch, dass du mein Gast bist. Du darfst die erste... Wie nennt sich das? Du darfst die erste Aufgabe stellen. Okay, wir sagen, der langsamere Spieler muss diskartet werden. Okay, okay. Bist du ready? Nein. Drei, zwei, eins. Boom! Unser erstes Pack. Der langsamere Spieler muss diskartet werden. Da bin ich ja gespannt. Ich hab's verkackt. Was hast du verkackt? Ich hab vergessen, auf Dingsbums... Also egal. Zu öffnen? Ist egal. Ja. Dann öffnen mal. Oh mein Gott. Ja, ich hab geöffnet. Ich hab geöffnet. Okay, und wen hast du... Weißt du, wie viel Tempo? 75. 75? Ich muss diskaren, Alter. Meine A53. Wen hast du? Maikon, irgendein 79er Spieler. Wen hast du? Okay, jetzt. Äh, Lamella. Ah, okay, okay. Boah. Das sind schon einige gute Spieler dabei. Aber, ja. Müssen jetzt alle diskartet werden. Ich muss nur ganz kurz schauen, wie das funktioniert. Alle zum Verkauf L2. Okay. 4600 Münzen für mich. Dankeschön dafür. Dann sag ich, der größere... Was? Warte, 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 warte. Ich muss erst meine Spieler bestätigen. Okay. Und die Duplikate rausschmeißen. Das dauert ein bisschen länger bei mir. Also Frauen... Ja, Leute. Das dauert halt ein bisschen länger. Ich bin ready. Bist du ready? Gut, der größere Spieler muss diskartet werden, ja? Premium-Gönnspieler-Pack. Genau, so ist es. Drei, zwei, eins. Boom. Abfahrt. Come on. Jetzt will ich aber meine Spieler... Was, der größere Spieler muss diskartet werden? Ist das ein Wargott? Nein, ist kein Wargott, oder? Deutschland. ZOM. Ach du Scheiße. Ah, okay. Ganz klein. Ganz klein. Ich habe aber auch einen kleinen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Warte, 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 lass mich kurz holen. Wenn deine Frau sagt, ich habe auch eine kleine, das ist so krass. Oh nein, der ist riesig. Ich habe 1,94. Das ist der groß. Was habe ich gesagt? Der größere Spieler muss diskartet werden, oder? Ja. Özil ist 1,80. Ich darf behalten. Okay, also darf ich alle abstoßen. Okay, nein. Genau, L2. Oh, ich habe R2 gedrückt. So, dieses eine langsame Leiden. Jedes einzelne Diskarten. Ach, das ist nicht so schlimm. Ah ja. Die sind nicht krass. Was ist nicht krass? Jetzt habe ich mich verzählt. Ah doch, ich weiß, woher ich hin muss. So gut, okay, jetzt schon. Ich habe meine Lamella aufgemacht. Ich bin jetzt fertig geworden. Erren Harz. Ich habe mir extra Zeit gelassen, um dich zu ärgern. So komme ich aber leichter auf die 10 Minuten, Leute. Also nochmal ein extra Dornen für die 10 Minuten. Dankeschön. Wie nennt man das? Zwecks schwachen Fuß. Wer mehr oder weniger Sterne hat, schwachen Fuß. Wer Sterne hat. Genau, wer mehr Sterne hat. Der mehr Sterne hat. Oh mein Gott. Okay, das wird jetzt kritisch. Till, du willst 3 runter. 1, go. Let's go. Der mehr Sterne hat. Was hatte ich gerade gesagt? Ach, der mehr Sterne. Ja. Okay. Oh, jetzt kommt es, jetzt kommt es, jetzt kommt es. Maldo. Okay, beides in den Verteidiger. Ich glaube, du musst abstoßen. Schau. Aber wer die meisten hat, muss... Ich habe schwacher Fuß 4. Dann dachtest du diskaden. Männer hat schwacher Fuß 2. Nein, Spaß. Es ist nichts anderes dabei. Und tschüss. Der mit dem höheren Passwert muss diskadet werden. Okay, jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Nee, ist nichts Besonderes. Ich habe auch nichts Besonderes. Schade, schade, schade. Was mit dem höchsten Pass? Ja, okay. Ich habe Korea. Wie viel hat der? Fräuler, 75. 75? Man hat auch 75. Dann machen wir, der, der den höheren Kurzpasswert hat, okay? Also auf R3. Hab ich, hab ich. Kurzpasswert. Was den höheren hat. Genau. Der muss diskadet werden. Genau. Ich habe 79. Schätze, ich habe 78. Oh no. Du musst dich diskaden. Nein, ich muss diskaden. Du hast doch gesagt, wer den höchsten hat. Du hast 79, oder? Ja. Warum verwirrst du mich? Du musst dich haben. Nein, ich habe doch, ich habe es doch gerade bestätigt. Oh, okay, ehrenhaft. Siehste? R. 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 Die niedrigste Schusskraft hat. Also die Stärke. Ich glaube, das war die Stärke, oder? Also allgemein bei Schuss? Ja, bei Schuss war es doch die Stärke, die Schusskraft. Okay, passt. Also wer die niedrigste hat. Genau, muss diskaden, also abstoßen. Alter, komm. Ich will auch jeden was Gutes ziehen. Oh. Oh, nice. Oh, ich habe Götzinu. Götze. Ich habe Van Nacken. Van Nacken. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen hat. Wie viel Schuss hat der? Warte mal, Schusskraft hatte ich gesagt, gell? 75. 78. Ich habe schon wieder mal diskaden. Du gehst ja absolut mit Null raus. Einmal habe ich bisher gemacht, gell? Ja, das erste Pack, glaube ich. Scheiße. Okay, da geht's. Okay. Der mit dem niedrigeren Elfmeterwert muss diskadet werden. Ruhe. Okay. Er ist Huma von Chelsea. Chelsea, du bist im Fernsehen. Spaß. Das ist ihr Hund. Meiner hat erst mal 42 Schuss, das heißt, ich glaube, ich darf diskaden. Schauen wir mal, wie viel Elfmeter. Was hattest du gesagt? Ach so, ich habe 59. Ich habe 35. Ich darf diskaden. Aber gut, das ist jetzt... Ja, das wäre nicht so gut das Spiel gewesen. Sehr, sehr gut. Okay, jetzt kommt Pack Nummer 7. Was schlägst du vor, Marie? Wer das höchste Dribbling hat, muss diskaden. Okay, Alter, wenn wir jetzt Messi... Ja, genau, das ist... Oh mein Gott, das ist... Das ist... Oh Gott. Erfne mich meinen Untergang. Ich gönne dir jetzt Messi, wenn du ihn jetzt trinkst. Oh, das... Du bist... Ähm, ist es... Was, meine... Ist es... Nein, okay, es ist kein Messi. Es ist kein Messi. Ja, ich habe einen Torhüter. Ich habe... Äh... Hast du einen Spieler oder einen Torhüter? Als Stürmer. Ja, bei Torhüter gibt es nämlich keinen Dribbling-Skill. Dann nimm den Zweiten. Achso, den Zweiten soll ich nehmen. 75. 73. Das heißt, du kannst... Ja. Ja, schade, ich habe Encore drinnen. Oh Gott, kostet mindestens 3K. Intim-Fitness. Danke für nichts. Der mit den höheren Skill-Sternen, okay? Muss diskadet werden. Okay, gut, okay, okay. Okay. Drei, zwei, eins. Bitte, bitte. Du musst Messi ziehen. Ah, du willst es unbedingt! Aber die Packs saften gar nicht, Alter. Ja, das ist gut so. Das saften gar nichts. Sehr gut, ich weiß es richtig gut. Ich habe irgendwas... Naka-Ima. Naka-Ima. Keine Ahnung. Ich habe Grifo, der hat... Vier Sterne-Skills. Auch vier Sterne. Echt? Genau. Okay, okay, warte, dann nehmen wir noch... Zweiten Spieler. Der mit dem... Okay, nehmen wir den zweiten Spieler. Vier. Muss ich abstoßen? Ich muss abstoßen. Ah, du musst... Okay, gut, nee, gut, okay. Jetzt hast du eine... Jetzt hast du eine Dingsmus. Wie ist das? Eine... Eine... Na? Wie nennt man das? Guten Lauf. Guten Lauf, genau. Genau, so ist es. Fade. Jetzt habe... Dreimal habe ich jetzt schon behalten können, oder? Jetzt hintereinander. Ja, genau. Baaah! Die niedrigere... Defensive hat... Muss... ...abstoßen. Okay, jetzt riskiere ich, ich riskiere, ich riskiere für dich. Okay, 3, 2, 1... Buuu. Denn mir dauert das noch, keine Ahnung, da kommt erst Fungel, Fungel, Zauber. Ey, nein. Na was? Nein. Was? Oh Gott. Was? Ich muss mich nicht... Ich habe eigentlich... Okay. Bist du im Stadion? Ähm, ja. Ja, ich habe von Barcelona den ZDV, äh, wie wird er ausgesprochen? Leng... 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 Äh, der ist ziemlich viel wert, ne? Oh... 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 Was ist das? Ich habe 76 Def. Oh, ich habe 86. Ich muss abschlossen. Ja! Geh mal ganz kurz, äh, Dreieck, Preisverkehr. Schau mal, wie viel der kostet. Die haben den alle über 100k. Dann kostet doch auch so viel. Oh, ey. Hahaha. Ey, du darfst den Geheimen. Ah, das ist geil. Gigi in die Kommentare, Freunde. Gigi. Ich gönne das. Okay, ich bin nicht abstoßen. Ich hätte jetzt Angst gehabt, hätte ich den Abschnitt gestoßen. Jetzt hast du mal ein paar Coins. Ha? Danke, Ehre. Das höhere Rating muss diskadet werden. Einfach beinhart. Drei, zwei, eins. Oh mein Gott. Jetzt habe ich Angst. Ich kann nicht hingucken. Ich will nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken. Was ist das? Okay, okay, okay. Ach, puh. Okay. 80. 80. Du hast auch 80. Ja, Molina von Dingsbumsens. Okay, okay. Weißt du was? Wir machen noch ein Pack. Okay. Und jetzt. Du willst. Und wieder, wer das höhere Rating hat, okay? Ich habe dir jetzt einfach in meinen Dingsbums reingepackt, okay? Kein Problem. Kein Problem. Das ist dann ein bisschen ein Pack. Okay, nochmal. Wer das höhere Rating hat, ja? Okay. Drei, zwei, eins. Bitte. Das ist echt. Komm, komm, komm. Oh, ich fand nicht so ein Stadion. Ich auch. Ich auch. 80. 80. Echt jetzt? Lass, da kommt noch ein Pack. Das ist vier, eins. Das ist einer leidet, okay? Okay, ich habe nämlich Ballerina gezogen. Der kostet, glaube ich, 13.000 oder so. Das heißt, ich bin froh, dass ich nicht abstoßen muss. Okay, das nächste Pack. Ganz schön. Nein. Was? Ich gehe ins Stadion. Echt? Oh nein. Okay, ist nicht ganz so schlimm. Wer? Perisic? Ja. Darfst du gleich abstoßen? Ich habe noch 71 Rating. Nein. Oh Mann, ich dachte gerade schon, wer ist von FC. Also ich habe, oh. Ich meine, du bist eh FC Bayern-Fan. Perisic abstoßen. Lecker. Wie kostet denn der eigentlich? Ich glaube, 14.000 kann ich das kosten. Oh was, warum ist denn der so toll? So Leute, bis auf Longley waren die Packs eigentlich extrem bescheiden. Schreibt mir mal in die Kommentare, was war bis jetzt euer bester Pull? Auf jeden Fall, Leute, bei 500 Daumen nach oben gibt es noch eine Aufnahme zwischen uns beiden. Zu einem anderen Zeitpunkt. Auf jeden Fall jetzt erster Link in der Videobeschreibung. Dort ist quasi das Rückmatch auf ihrem Kanal und abonniert sie auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Maria hat das letzte Wort. Ciao, ciao. Tschüssi. Tschüssi. aç. Bis zum nächsten Mal.